Ich lerne Deutsch. Nummer 10.545 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Gestern habe ich mein Fahrrad in den Fahrradschuppen gestellt. Heute ist es verschwunden. Am Flughafen gibt es gute Parkmöglichkeiten. Gegenüber befindet sich der Eingang zur Abflughalle. Mal sehen, ob es funktioniert. Mal sehen, ob es funktioniert. Mal sehen, ob es funktioniert. Wir haben den Bausatz selbst zusammengebaut. Mal sehen, ob es funktioniert. Mal sehen, wie das Zimmer aussieht. Es ist schon so spät. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Es ist schon so spät. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Hier draußen bei meinen Hühnern geht es mir gut. Hier draußen bei meinen Hühnern geht es mir gut. Hier finde ich die Ruhe, die ich brauche. Hier oben steht etwas, das du unbedingt lesen solltest. Es ist wichtig für dich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Hier oben geht es mir gut. Vielen Dank.